Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Mit ihrem Debütalbum bis ans Ende der Welt lieferten Santiano die Erfolgsgeschichte im Jahre 2012. Keine andere Band schafft den Spagat zwischen dem Musikgenre so leicht und lässig wie Santiano. Sie spielen live beim größten Heavy-Metal-Open-Air in Wacken und treten ein paar Wochen später zusammen mit Helene Fischer und Andreas Gabbier auf. Kein Wunder also, dass das neue Album der Shootingstars mit großer Spannung erwartet wurde. Mit den Gezeiten, so lautet der vielversprechende Titel und lässt erahnen, dass die fünf Herren ihrem musikalischen Thema dem Norden, dem Meer, der Liebe zur Seefahrt, dem Shanty und der Irish anmutenden Volkmusik treu bleiben. Gitarren auf Gott muss ein Seemann sein geben dem Song einen erdigen und rockigen Sound mit absolutem Obermpotenzial bis hin zu hymnischen Balladen wie Wir bleiben uns treu. Das alles ist Santiano. Eines lässt sich mit Sicherheit sagen, Santiano schreiben die eigene Erfolgsgeschichte weiter und schaffen es mit dem zweiten Album ganz locker noch einen draufzupacken. Gott muss wirklich ein echter Seemann sein. Dann flucht er laut, so laut, wie er nur fluchen kann. Was macht ein Seemann dann? Dann flucht er laut, so laut, wie er nur fluchen kann. Das macht ein Seemann dann und wann? Das macht ein Seemann. Was macht ein Seemann, wenn er durstig ist? Was macht ein Seemann dann? Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben.